so wieder zurück mit reviews und los geht's lalala bei der Farmers SE liegt mit 3 Punkten von 39 Punkten bei der Farmers 4 Trinity 60 Punkte, bei der Farmers SE auch 60 Punkte Break of Fire 74 Punkte bei der Farmers SE auch 64 Punkte bei der Farmers SE 85 Punkte dann bei der Farmers SE bei 68 Punkten bei der Farmers SE auch 60 Punkte man kann alles draufbauen und wir werden empfehlen eine High-Sex-Trope und die externe Mega T1 aber kein Scheidwert hat am Ende kommt der ja so das Gameplay war jetzt noch mal anständig ja also das Gameplay war jetzt noch mal anständig ja also das Spielverhalten auch weitere Distanz zieht sie etwas nach oben aber beide Waffen und daher ja auf jeden Fall die SE-Variante zu empfehlen obwohl naja die Farmers wie man unten rechts sieht kann man halt customizen ja und man muss halt auch erstmal Major 3 werden aber auf jeden Fall eine zu empfehlende Waffe ja auf jeden Fall das nächste Review werden über Festbild gemacht ja über die 3 die ich dabei habe ja dann sehen wir uns gleich wieder und du Typ suchst dir einfach direkt die Seiten raus äh ja bis zum nächsten Mal Vielen Dank.